Hallo Bildi, ich bin es der Kloppo. Ich komme gerade in Dortmund aus dem Krankenhaus. Bin noch ein bisschen müde von der Anästhesie. Ich hatte gerade eine fünf stündige Notoperation wegen dem Wespenstich. Hand ist noch ein bisschen dick hier. Wespen, diese scheiß schwarz-gelben Dinger. Ja, ansonsten habe ich am Samstag in alle Ruhe Bayern geguckt. Ich glaube, die wurden auch gestochen von der CC-Fliege. Schöne Schlafkrankheit im Mittelfeld. Von wegen Mirham Pepp. Das war eher Mirham keine Einfälle. Apropos Einfälle. Ich glaube, ich habe einen neuen Trainer für die Schalker. Rudi Gutendorf. Der hat schon Trinidad Tobago, die Fidschi-Inseln und Tansania trainiert und diese Woche wird der 88. Das ist vielleicht genau das Tempo, was die Schalker brauchen, wenn einer was erklärt. Hier, Facharztzentrum. Das wäre auch was für die Schalker. Ja, weil da krankt es auch ordentlich in der Mannschaft. Zwei rote Karten gegen Hannover 96. Wenn die so weitermachen, dann kommt zwar der Podolski als Leihgabe aus London, aber nur um die Geschäftsstelle zu fegen. Aber ich freue mich natürlich erstmal über das 1 zu 0 gegen Werder Bremen. Wunderschönes Tor von Robert Lewandowski. Er kriegt jetzt auch bessere Konditionen. 5 Millionen. Was er nicht weiß, polnische Slotti abgezählt in Groschen. Und der Götze hat auch gespielt. Ja, ich freue mich. Ich freue mich sogar sehr, weil die großen vier der Bundesliga stehen wieder oben. Borussia Dortmund, der Tabellenführer. Ja, Bayer Leverkusen, Bayern München. Und Mainz 05. Neun Punkte nach drei Spieltagen. Der Thomas Tuchel glaubt jetzt ernsthaft, Mainz ist seins. Aber ich sage euch eins, Mainz bleibt Mainz. Ja, so ein Mist. Jetzt hat die Apotheke zu. Hallo? Hallo? Ja, keiner da. Weil hier, meine andere Hand ist auch verbunden. Aber da hat mich nichts gestochen, da hat mich was gebissen. Heute Morgen beim Waldlauf mit der Mannschaft. Äh, von so einem tollwütigen Huntela. Äh, ich meine so ein tollwütiger Hund war da. Haha. Aber zum Glück ist meine Tetanus abgelaufen, weil wenn mich das nächste Mal eine Wespe sticht, dann kriegt die Tollwude. Die Mirs und wir Bayern haben Pep Guardiola. Matze Knob, das passende Outfit. Wir haben Pep, das neue Kult-Shirt des Kult-Comedian. Lass dich anziehen. Wir haben Pep, das Matze Knob-Shirt. Hol's dir. Jetzt gleich. Wir bei uns im Bildshop.